Guten Tag zusammen, Uwe Alten, neues Interview aus der Business Spotlight Reihe. Heute freue ich mich ganz besonders auf etwas komplett anderes, was ich bisher noch nicht hatte, zwar IT, aber aus einem komplett anderen Umfeld. Deswegen begrüße ich heute Gunther Ernst, Gründer und Gesellschafter von MedDV. Also der Name alleine spricht ja schon für einiges. Herr Ernst, super, dass Sie Zeit sich dafür nehmen, Ihr Unternehmen und sich in dem Interview mal zu präsentieren. Vielleicht starten Sie mal damit, dass Sie kurz sagen, was verbirgt sich jetzt wirklich in der MedDV? Ja, in zwei, drei Sätzen vielleicht gar nicht so einfach. Also MedDV grundsätzlich steht für medizinische Datenverarbeitung und das ist der Fokus, den wir auch haben. Also Besonderheit ist wahrscheinlich, dass wir selber auch aus dem Rettungsdienst kommen. Mein Mitgesellschafter und ich sind beide viele Jahre Rettungsdienst gefahren, gut 15 Jahre und haben da natürlich auch einiges gesehen, was vielleicht nicht ganz optimal läuft, was man vielleicht mit Digitalisierung verbessern könnte. Das war so die Idee, mit der wir an den Start gegangen sind. Ja, und dann hat sich das munter weiterentwickelt. Ein Kernthema ist schon so mobile Datenerfassung im Rettungsdienst, dass eben mobil, tatsächlich schon auf Tablets eben Daten erfasst werden, dokumentiert wird und dann eben alle Schnittstellen, die damit dazugehören. Das heißt, dass die Daten von der Rettungsleitstelle direkt da drauf geschickt werden, dass wir die Daten auch ins Krankenhaus vorab senden, sodass die ganzen Informationen über den Patienten schon im Krankenhaus sind, bevor der Patient überhaupt im Krankenhaus ist. Und das sorgt dann für eine optimale Vorbereitung innerhalb des Krankenhauses. Und ja, das ist also diese ganze Prozessoptimierung. So als ein Ausschnitt. Aber das Thema wächst und wird immer größer. Jetzt gibt es Telemedizin, Kapazitätennachweise und vieles, vieles mehr. Jetzt könnte ich ja schon einhaken, könnte sagen, wir sind doch eigentlich in Deutschland gar nicht digitalisiert. Ja. Und das ist überraschend. Und mal gut Deutsch gesagt, das ist ja ein super Thema, weil man sagt ja eigentlich, alles ist so analog, egal wo man hinschaut. Ich habe zwar einen Imagefilm gesehen, wo Sie das ja aufgreifen. Aber wie sind Sie denn wirklich darauf gekommen, dass Sie sagen, okay, das hat uns so genervt im aktiven Geschäft, wir ziehen das jetzt durch. Weil das ist ja nicht so einfach, wenn Sie beide im Rettungsdienst waren und Sie haben ja von IT keine Ahnung, um es mal so zu formulieren. Wie hat das denn funktioniert? Ja, genau. Also eine gewisse IT-Affinität muss natürlich da sein, sonst funktioniert es nicht. Entstanden ist es tatsächlich genau wie in dem Imagefilm. Deswegen haben wir den auch so gemacht. Also der ist tatsächlich real. Das war wirklich in einem Nachtdienst. Wir haben wahnsinnig viele Nachtdienste zusammengefahren. Und dann haben wir gesagt, meine Güte, man muss das doch besser machen können. Und das war so die Grundidee. Die ist tatsächlich in einem Nachtdienst entstanden. Und dann haben wir die Konsequenz verfolgt. Und natürlich haben wir auch ein bisschen was Fachliches getan. Mein Kollege hat Betriebswirtschaft studiert. Ich bin Ingenieur. Also so ein bisschen was, dass man das auch Handwerkszeug dazu hat. Das haben wir schon gemacht. Aber ja, das stimmt. Deutschland ist nicht digital. Wenn ich mir das anschaue, schwupps, hat nur 20 Jahre gedauert und immer noch nicht. Hat jeder Rettungsdienst eine mobile Datenerfassung. Also von daher hinken wir da anderen Ländern schon weit hinterher. Das ist richtig. Also da liegt es ja nahe, dass ich frage, was war denn auf dem Weg wirklich die größte Herausforderung? Weil wenn man sich ihre Produkte mal anschaut im Internet, das ist schon cool. Und auch super durchdacht, was sie da haben. Dankeschön. Das ist sehr nett. Also ich glaube, ganz am Anfang mussten wir natürlich viel erklären, was wir überhaupt da tun, weil es ja neu war. Man macht das auf Papier. Unvorstellbar Papierprotokoll mit drei Durchschlägen. DIN A3 groß, also DIN A4 nochmal zusammengefaltet, zwei Bögen. So hat man also die ganze Zeit dokumentiert. Und immer noch in vielen Landkreisen ist das immer noch so. Ich sage mal, ungefähr 20 Prozent von Deutschland sind immer noch auf Papier unterwegs. Ja, der erste Kunde war sicherlich der schwierigste, den zu gewinnen, weil man da erstmal viel Überzeugungsarbeit leisten musste. Und dann würde ich sagen, ist auch der zweite noch ein Kunststück. Und irgendwann, wenn das dann so ein bisschen in Fahrt kommt, dann wird es dann einfacher. Aber zu Beginn war das alles andere als einfach, weil wir zwei große Herausforderungen hatten. Erstens, das gab es überhaupt nicht. Wenn ich draußen ein Schild anhänge, ich bin Metzger, dann weiß jeder, da drin gibt es Fleisch. So, wir hängen da dran, mobile Datenerfassung im Rettungsdienst, keiner weiß, was ist das. Das zweite Thema war, dass es auch keine wirklich geeignete gute Hardware gab für den Rettungsdienst. Es ist heute noch so, dass es so Consumer-Produkte gibt, die eher fürs Büro gedacht sind und nicht für den rauen Rettungsdienstalltag. Oder hochgebusste Militärgeräte, die dann vielleicht nicht die richtige Performance haben. Das war schon schwierig. Und irgendwann haben wir ja dann auch eine eigene Hardware entwickelt, genau aus dem Grund, um die Software besser verkaufen zu können. Wie lange hat es denn gedauert, bis Sie das erste Produkt tatsächlich marktreif hatten? Also die erste Hardware, das war ungefähr fünf Jahre nach Gründung. Oh, warum? Ja, war eine sehr, sehr herausfordernde und schwierige Zeit, weil da gibt es so einen mittelhessischen Beteiligungsfonds. Ich meine, man hat ja erstmal nicht das Eigenkapital in der eigenen Hardwareentwicklung zu stemmen. Das hat dann allerdings Eigenkapitalcharakter, wo man dann zur Bank geht und sich den Rest noch dazuholt. Das war schon ein hohes Risiko, diesen Weg da erstmal zu gehen. Ja, und sicherlich keine einfache Zeit. Gut, da gibt es schon ein paar schlaflose Nächte, aber ich glaube, das geht jedem so, der irgendwie in der Selbstständigkeit ist. Ja, es ist ja immer dann, wenn man diesen Traum hat und weiß, das kann funktionieren, wenn man auch die Erfahrung hat und genau die Feedback ja bekommt. Wenn ihr das mal so weit habt, kennt man ja, wenn ihr das so weit habt, dann machen wir das sicherlich. Aber diesen Weg, bis dahin zu bekommen und das Geld dahin zu bekommen, ist ja schwierig. Hatten Sie denn super Unterstützung da von Ihrer lokalen Bank oder wo haben Sie letztendlich dann die Unterstützung bekommen? Absolut, absolut. Darf ich an der Stelle, glaube ich, auch gerne sagen. Also Sparkasse war da sehr nah dran und hat uns da wirklich die Treue gehalten und die Hand gehalten. Und das war wirklich eine sehr, sehr schwierige Zeit. Was einfach daher kam, das Steuerrecht war damals noch ein bisschen ein anderes. Das heißt, im Prinzip Finanzamt hat gesagt, wunderbar, ihr habt einen Computer entwickelt. Der wird abgeschrieben auf drei Jahre. Das heißt, man hat drei Jahre, stand auf der einen Seite ein Euro und auf der anderen Seite hat man natürlich noch einen Kredit. Das ist ja klar, der war in drei Jahren nicht zurückgezahlt. So und damit ist man in der Situation, wo man bilanziell überschuldet ist und in unserer Zeit geht das schnell, dass das digital dann überall angekommen ist. Ja, da sind wir tatsächlich digital und dann können Sie nicht mal mehr Druckerpapier kaufen ohne Vorkasse. Ja, und das ist natürlich echt anstrengend. Wenn man dann Fortführungsprognosen schreiben muss und so weiter, das ist das, was ich meinte mit schwieriger Zeit, sich da dann rauszustrampeln. Das war schwer. Ja, bin ich froh, dass das hinter uns liegt. Aber offensichtlich, wenn man sich ein bisschen mit Ihrem Unternehmen befasst, hat es funktioniert. Also man sieht ja wirklich, wenn man auf Ihre Webseite geht, wie gesagt, Imagefilm ist auch ein super Thema. Wenn Sie vielleicht nochmal kurz beschreiben, was die Idee dahinter war. Die haben Sie ja gerade erst im Dezember, glaube ich, letzten Jahres erst fertig gehabt. Wann haben Sie denn gemerkt, das fliegt jetzt? Also ich glaube wirklich ein ganz, 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 ganz entscheidender Punkt war ein großer Auftrag, den wir bekommen haben aus Bayern. Das heißt, da dürfen wir dann das ganze Bundesland ausrüsten. Und das ist sicherlich ein Punkt, was man gut lernen kann. Es geht sehr, sehr viel um Vertrauen. Und da hatten wir auf der anderen Seite einen Landesgeschäftsführer vom Bayerischen Roten Kreuz, der uns ein unfassbares Maß an Vertrauen entgegengebracht hat. Wir sind heute doch dankbar für. Also Wahnsinn, wirklich. Wir treffen uns auch ab und zu noch. Weil wir waren eine Sieben-Mann-Bude. Mit Sieben-Mann-Bude geben wir uns einen Auftrag über 10 Millionen Euro. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Dankeschön. Und dieses Risiko muss man auch erstmal eingehen. Ja, klar. Aber die Produkte von uns haben Ihnen eben am besten gefallen. Der strategische Eingabe war zwar gesagt, vielleicht nicht der optimale Partner. Aber wie gesagt, der damalige Landesgeschäftsführer, der hat da uns das Vertrauen ausgesprochen. Und ja, da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass wir genau dieses Vertrauen noch zurückzahlen konnten. Ja, und Bayern auch heute noch unser Kunde ist. Da sehen Sie ja, im Endeffekt ist es ja wie immer eine Wirtschaft. Also ich komme ja aus, 30 Jahre Agenturen geleitet und auch mit B2B-Kunden zu tun gehabt. Also mit einem Entscheider. Es ist ja immer, brauchst du irgendeinen da oben, der sitzt und sagt, ja, wir machen das jetzt mal. Auch gegen die Fachabteilungen, teilweise insbesondere die Einkaufsabteilungen. Und sagt, die sind so cool, die sind so super, die sind zwar neu im Geschäft, aber denen gebe ich das jetzt mal. Ja. Hat das Ihnen denn geholfen, er hat Ihnen Vertrauen gegeben, ein ganzes Land Bayern auszustatten? Das ist ja riesig, auf gut Deutsch gesagt, auch ein Flächenland. Ich will nicht wissen, wie viele Landkreise es da gibt, mit denen Sie sich da auseinandersetzen mussten. Es ist ja auch eine Form von Projektmanagement, wo man dann rein muss, in so ein ganzes Bundesland bloß abzubilden. Wie haben Sie das denn hinbekommen? Es waren sieben Mann. Ja, richtig. Also natürlich sind wir dann im Verlauf dieser Ausrüstung und Ertüchtigung des Bundeslandes auch gewachsen. Also da ging das dann so richtig los. Aber auch da, muss man sagen, hatten wir wieder einen fantastischen Partner auf der anderen Seite. Also auch da war das Bayerische Rote Kreuz schon sehr, sehr, sehr professionell aufgestellt. Sehr professionell, indem die eine Projektleitung nicht nur intern hatten, sondern ganz bewusst eine externe Projektleiterin dazugenommen haben. Also eine übergeordnete externe Projektleiterin, die sozusagen beide Seiten koordiniert hat. Und das, also nicht nur, dass die richtig, richtig gut ist, die gibt es auch heute noch, ist heute eine Mitarbeiterin von uns. Ja, aber sie hat das damals auch schon unglaublich gut gemacht, weil sie damals auch schon eine wahnsinnige Erfahrung hatte. Und ja, natürlich auch das gut einschätzen konnte, dass wir sieben Mann sind und dass man uns nicht überfordern darf, kann. Und hat das mit gefickten Händchen gemacht. Das hat auch den Zeitstrahl gut im Griff gehabt zu sehen, was kann ich wie und in welchen Schritten überhaupt zumuten in der Organisation. So ist das. Und das ist ja natürlich vielleicht der Vorteil auch, dass es kein klassisches Wirtschaftsunternehmen ist, den wir als Kunde hatten. Weil da ist ja meistens so, dass die Anforderung wird ja gleich so gesetzt. Und hier hatten Sie ja vielleicht die Chance, das nachhaltig organisch auszurollen wahrscheinlich. Also ich hätte jetzt gesagt gehabt, es war einfach sehr, sehr clever gemacht. Es war insofern sehr, sehr clever gemacht. Ja, als dass es nur funktioniert, wenn man das absolut durchstandardisiert. Das heißt in der Tat, das sind über 70 Landkreise. Das heißt, man hat Cluster gebildet und hat dann eben ein, zwei Landkreise ausgestattet und das als Blaupause genommen. Und diese Blaupause dann eben einfach ausgerollt auf alle weiteren. Das heißt, ab dann war das durchstandardisiert und dann kam eben einer nach dem anderen. Und dann kann man sowas auch machen, also auch als kleines Unternehmen. Aber ohne eine gute Standardisierung und ohne einen klaren Fahrplan ist sowas nicht mehr. Super. Das zeigt ja auch, wie, also in meinem Job geht es oft darum, Systematisierung irgendwann am gewissen Punkt. Ja, das haben Sie ja dann mehr oder weniger mit dem ersten Riesenauftrag schon selbst einmassiert bekommen, wie wichtig Projektleitung, Systematisierung, Systeme, Handbücher, Aufsätzen, Copy and Paste, Multiplikation und so weiter umgesetzt haben. Wie schnell konnten Sie denn dann, nachdem auch mal das Bayern geschafft war, sage ich mal, wie schnell konnten Sie denn dann andere Landkreise gewinnen oder war das dann auch wieder auf Länderebene? Ja, unterschiedlich. Also ziemlich bald danach kam auch ein Bundesland dazu. Das war Rheinland-Pfalz gewesen. Da war es auch gut, dass wir diese Erfahrungen aus Bayern einfach schon hatten. Ja, es ist aber sehr, sehr viel auch auf Landkreisebene. Wir hatten immer gedacht gehabt, okay, Bayern, das war jetzt ein riesiger Auftrag. Jetzt wird es wieder ein bisschen runtergehen. Es wird wieder weniger werden. Sowas ist einmalig. Ich meine, es ist Europas größter Rettungsdienst mit 1600 Fahrzeugen. Das gibt es sonst nicht. Ja, unser größter Kunde davor waren 40 Fahrzeuge. Das machen wir nur, um die Dimension da klarzumachen. Ja, ja. Aber tatsächlich, es ging immer weiter. Durch einzelne Landkreise, aber auch durch Bundesländer. Ja, super. Wie groß sind Sie denn heute? Wie groß ist denn das Unternehmen geworden? Wie viele Mitarbeiter haben Sie denn im Unternehmen? Also wir sind heute 115 Mitarbeiter. Okay. Und haben ein ziemlich konstantes Wachstum. Also wenn man so die letzten Jahre anschaut, dann kann man nahezu ein Lineal drauflegen. In den letzten Jahren vielleicht etwas, etwas exponentiell. Aber im Grunde ist das schon ziemlich linear. Ungefähr 10, 12 Mitarbeiter pro Jahr. Was haben Sie denn als Arbeitgeber gelernt in Ihrer Reise? So die wichtigsten Dinge? Also ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass Mitarbeiter das höchste Gut sind. Also ohne Mitarbeiter geht es gar nicht. Keine Frage, das geht nicht ohne Mitarbeiter. Und ja, ich sage mal, Fachkräftemangel, der ist natürlich enorm. Das ist keine Frage. Und der bringt Herausforderungen mit sich. Und da muss man natürlich zusehen, dass man dieses höchste Gut auch gut beschützt und gut mit diesem höchsten Gut umgeht. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, gerade was das betrifft. Vielleicht kann man auch ein bisschen ketzerisch dazu sagen, Rekruter braucht kein Mensch. Und das habe ich vielleicht auch noch gelernt. Ja, am Ende sind sie nicht wertschöpfend. Sondern es wird ja irgendwo ein Mitarbeiter abgezogen. Da wird irgendwo anders hingetan. Das heißt, da ist woanders ein Loch entstanden, das da wieder gefüllt werden muss. Und da hat man natürlich dann auch wieder die Zeit, in den Mitarbeiter neu eingearbeitet werden muss und so weiter. Also es hemmt eher eine gewisse Produktivität. Das heißt, wie versuchen Sie heute, Mitarbeiter zu gewinnen? Ja, wir gehen schon die klassischen Wege. Das heißt, es gibt ja diverse Anbieter. Manche haben auch irgendwas mit einem Fußballverein zu tun, wo man dann eben Anzeigen schalten kann. Also lokale Presse hilft nicht allzu viel. Ja, natürlich wird irgendwie Social Media bedient. Man versucht das mit der Webseite ordentlich zu machen. Ein Punkt, der uns früher nicht so wichtig war, aber heute sehr wichtig ist, ist, dass wir eine lokale Präsenz haben. Das heißt, Sponsoring von diversen Vereinen und so weiter. Um einfach in den Köpfen drin zu sein, dass man weiß, aha, ich studiere an der THM, wenn ich mich bewerben will. Da vorne gibt es eine Firma, von der habe ich schon mal gehört. Das ist einfach wichtig, dass man in den Köpfen drin ist. Da arbeiten wir auch viel zusammen. Das heißt, wir machen hier viele Bachelorarbeiten, Masterarbeiten und so weiter und können da natürlich auch darüber Mitarbeiter rekrutieren. Und letztlich auch Mund-zu-Mund-Propaganda. Also Stellen, die uns besonders wichtig sind, da loben wir Prämien aus für unsere Mitarbeiter. Und wenn einer über Freund, Freundesfreund und so weiter einen neuen gewinnen kann, dann kriegt er das entsprechend prämiert. Lieber das Geld da eingeben. Das kann ich jedem empfehlen. Das ist ein super Tool, das habe ich in der Vergangenheit auch gemacht. Also die Mitarbeiter, die kennen ja andere, auch aus dem Studium oder wo auch immer, Herr Garz, also im Bekanntenkreis, wenn du sagst, 500 Euro, 1.000 Euro, also Beträge, die substanziell sind, und dann läuft es. Mehr sogar. Ja, ja, klar. Was legen Sie den Weg? Was schmeiße ich dann dem Recruiter in den Hals? Ja, stimmt. Genau, da können Sie viele Mitarbeiter bezahlen für einen Recruiter. Das stimmt. Aber was legen Sie denn besonders wert, wenn Menschen zu Ihnen kommen? Weil Sie haben hier eine ganz spezielle Kultur, weil Sie die zeigen Sie auch in diesem berühmten Film, wenn ich jetzt mal so sagen darf. Was ist uns besonders wichtig? Also was uns besonders wichtig ist, ist sicherlich Menschlichkeit. Das steht über allem, hätte ich jetzt gesagt, weil ein fachliches Defizit, das kann ich irgendwie aufholen. Also solange genügend Gehirnwindungen da sind, kann ich ein fachliches Defizit ausgleichen. Da kann man Fortbildung machen und so weiter. Da kann man sich einarbeiten. Solange Motivation da ist, dann wird das funktionieren. Aber ein menschliches Defizit ist sehr, sehr schwierig. Und deswegen ist uns die Menschlichkeit enorm wichtig, verbunden mit Charakter, kann man es vielleicht auch nennen, Ehrlichkeit und vielleicht auch irgendwie Loyalität. Also wir wollen schon eine Bindung erreichen, aber zum Mitarbeiter, das ist uns wichtig. Weil dann weiß ich auch, dass ich dann nicht diese Themen habe, dass ja Telefone klingeln und so weiter und Abwerbung stattfindet, sondern man möchte ja die Mitarbeiter wirklich binden und ja idealerweise langfristig haben. Glauben Sie, dass Ihre Lage, die jetzt nicht großstädtisch ist, für Sie ein Vorteil oder ein Nachteil ist? Wie würden Sie das einschätzen? Die Zeiten haben sich gewandelt. Früher war das ein riesiger Vorteil, weil wir sind jetzt im ländlichen Raum Mittelhessen hier angesiedelt und dann konnte man Leuten einfach die Frage stellen und jeden Tag drei Stunden mehr Lebensqualität oder in Frankfurt 10.000 Euro mehr verdienen? Und dann haben viele gesagt, nee, lieber die 10.000 Euro wegnehmen pro Jahr und drei Stunden mehr Lebensqualität jeden Tag. Und dann hat man das Pendant sein gelassen und ist zu uns gekommen, obwohl die super qualifiziert waren. Das war einmal unsere große, große Stärke. Genau dieses Klientel, den ich jetzt mal dadurch eben akquirieren zu können. Die Zeiten haben sich aber mit Corona komplett gewandelt. Da gibt es dieses Gift Homeoffice. Ich sage bewusst Gift, weil das das natürlich alles torpediert und zerstört. Man kommt ohne Homeoffice gar nicht mehr aus. Man muss es als Arbeitgeber anbieten. Ich halte es aber für Gift, weil es eine Zwischenmännlichkeit zerstört. Und ja, weil es letztlich auch einen Arbeitgeberwechsel natürlich sehr einfach macht. Ja, ich brauche nur einen neuen VPN-Zugang. Dann habe ich einen Arbeitgeber gewechselt. Früher hieß das, oh, Arbeitgeberwechsel. Ich muss umziehen. Ich muss dies, ich muss jenes. Da hängen Kinder dran und so weiter. Das hat man nicht gleich fertig gemacht. Das ist heute, ist das kurz an den PC gehen. Ja, dann hat man das erledigt. Das macht es natürlich schwierig. Und natürlich stehen wir jetzt in einem, naja, mindestens mal bundesweiten Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern. Das ist völlig klar. Der Fachkräftgemangel ist da. Und es ist völlig egal, ob ich jetzt hier sitze und in Frankfurt, Berlin, München oder Hamburg arbeite. Das spielt gar keine Rolle. Und deswegen ist das so ein bisschen weggefallen und hat sich gedreht und macht es sicherlich sehr, sehr anspruchsvoll. Ich muss eben jetzt zusehen, wie schaffe ich es, dass die Leute gerne an die Arbeit kommen und nicht nur im Homeoffice sind. Weckixen kann man es nicht, aber wie kriege ich das hin, möglichst die Leute hierher zu holen. Und da machen wir dann eben eine ganze Palette. Wir haben hier Massagesessel, wir haben kostenloses Mittagessen, gleichen sogar den Geldwerten vorteilsteuerlich aus, dass es wirklich ein kostenloses Mittagessen ist. Wir haben eine Kirche eingestellt, die da lecker kocht, jeden Tag frisst. Wir haben eine Biertheke, also so diverse Sachen mit gezapstem Freibier tagtäglich, rund um die Uhr. Also versuchen schon, die Mitarbeiter sehr hierher zu locken, damit man dann eben auch eine Bindung aufbauen kann. Also kann ich bestätigen, ich komme aus dem Agenturumfeld und Agenturen leben durch Miteinander. Also Menschen, dass sie da sitzen. Also Corona war für uns die Hölle, weil einfach die Menschen weg waren und da nur noch am Homeoffice saßen. Also die Bindung aufzubauen, ist digital einfach nicht möglich. Ich meine, wir wissen es alle, aber irgendwie, aber das jetzt den jungen Leuten klarzumachen, einmassiert zu bekommen, nicht nur Jungen, also jedem eigentlich, das ist doch eine coole Mischung zwischen Offen und Online. Da sein, mal zu Hause sein, da sein, zu Hause sein, miteinander interagieren, also diese politifiziven Aspekte, wie das sind, auch rüberzubringen. Aber wie ich das sehe, wahrnehme, auch wie sie agieren und auch wie sie sich selbst darstellen, sind sie schon ein sehr, sehr attraktiver Arbeitgeber, was das angeht, also was Führung angeht, was Offenheit angeht und sie beschreiben ja auch, was wir Menschen sie haben wollen und da kann man sicherlich davon ausgehen. Wo sehen Sie denn jetzt die Entwicklung der Firma so die nächsten Jahre? Also von der Entwicklung her würde ich sagen, ganz wichtig ist auch sehr gute, sehr professionelle Mitarbeiter einzustellen. Da haben wir in den letzten Monaten, Jahre ist vielleicht zu hoch gegriffen, wirklich Gas gegeben, wirklich qualifiziert, sehr, 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 sehr gute Mitarbeiter einzustellen, weil das dann auch wirklich was bringt, weil es wirklich voranbringt. Was ich damit meine ist, der Rausch und ich sind die Gründer und irgendwann muss man mal das Gründersein so ein bisschen ablegen und ich bin kein gelernter Geschäftsführer. Ich habe eigentlich gar keine Ahnung von dem, was ich hier mache. Ich habe das nicht gelernt, sondern irgendwie wächst man da so rein. Und dann ist es auch an manchen Stellen einfach gut, Menschen sich an Bord zu holen, die richtig Ahnung davon haben, was sie da tun. Ob das jetzt ein Finanzbereich ist oder ob das strukturelle Themen sind, das spielt überhaupt gar keine Rolle, aber es ist an manchen Stellen einfach gut, sich da, sagen wir mal so, mit hoher Qualität zu versorgen und auszustatten, um einfach professioneller agieren zu können. Und das ist ein großes Thema und das andere Thema ist natürlich Internationalisierung. Das ist schon auch ein Thema, was im Moment sehr Fahrt aufnimmt. Das kann ich nachvollziehen, weil das Tolle ist ja, was Sie gemacht haben, ich versuche bei den meisten Kunden und auch bei Anwarnungsgesprächen immer ein Thema in den Vordergrund zu rücken, das ist das Thema Nische, weil viele natürlich gerade in ihrem Umfeld, also IT, die kommen halt über einen anderen Weg, sie kamen ja aus der Operativen her, sie wussten, von was sie reden, haben sich dann da reingearbeitet. Die meisten kommen ja aus dem IT-Umfeld und wundern sich dann, dass sie Konkurrenten haben ohne Ende. Ob man dann sagt, ja, aber du brauchst irgendwo eine Nische, dass du dich dort massiv verbessern kannst, dass du nicht in diesem Preiskampf drin bist. Und das haben sie ja super geschafft. Und jetzt noch das Ganze zu multiplizieren auf Internationalität, liegt natürlich super nah. Weil im Prinzip ist ja nur eine Sprache, die man großartig verändern muss, ein paar Systeme vielleicht, aber ihr System kann doch sicherlich relativ schnell in einem anderen Land funktionieren, oder? Ja, also ein paar andere Länder haben wir ja schon, also so ist ja nicht. Also es gibt jetzt schon, jetzt mal kurz mal durchüberlegen, wie viele Länder wir jetzt sind, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs Länder. Also ja, das ist so ein bisschen auf dem Wege, aber das sind noch zarte Pflänzchen. Aber es ist natürlich auch so, ich habe es ja eingangs gesagt gehabt, der erste Kunde war sehr, sehr schwer. Und ich sage mal, die Saatkörner, die ich heute auswerfe, ja, die kann ich vielleicht in drei, vier Jahren ernten. Und deswegen muss man das jetzt schon zum Thema machen, ja, damit man dann irgendwann auch ernten kann. Ich glaube, sie leben sicherlich auch sehr stark von Empfehlungsmarketing. Also sie können sicherlich ja auf zurückgreifen, super erfolgreich implementierte Projekte und dann sagen, kannst du mir mal helfen, Intro zu bekommen, zu nutzen, was das angeht. Super. Ja. Also toll. Also wirklich ist immer wieder schön zu sehen, wie Unternehmer ihre Unternehmen so entwickelt haben, dass sie wirklich eine, also wirklich ein, man sagt ja immer, das beworben USP. Ja, bei ihnen ist es ja nicht nur ein unique selling point, sondern bei ihnen ist es wirklich ein Alleinstellungsverkaufsmerkmal, ein Verkaufsargument, weil sie so spitz, so klar und so deutlich sind, was sie da als Mehrwert tatsächlich liefern können. Weil alleine, wenn ich mir überlege, wenn jemand, der das noch nicht digitalisiert hat, wenn der anfängt, sich auszurechnen, wie viel Zeit, Geld, Ressourcen erspart, ist das, was er ihnen zahlt, sicherlich ganz, ganz schnell, also bei so einer Herleitung, auch dass die Finanz, die man angeht, relativ schnell im New Business, für sie machen, macht bestimmt Spaß. Ja gut, also. Das kann man vor, also man fängt im Kopf einfach an zu rattern, wenn man sieht, was für Argumente man, Reason why hat, Einwandbehandlung kann man super aufsetzen, also ganz, ganz toll. Ich gucke gerade auf die Uhr, aber wir haben jetzt schon echt fast eine halbe Stunde, unfassbar. Zum Abschluss, gibt es eine Frage, die ich Ihnen hätte stellen sollen, die ich Ihnen nicht gestellt habe? Weiß ich nicht, das müssen Sie sagen, also, ja, ich weiß nicht, oft wird man auch nach Wachstum oder solchen Themen gefragt, sonst sind wir, glaube ich, durch viele Sachen, durch viele Sachen durch, auch was man vielleicht, ja, gelernt hat, ich glaube, dazu habe ich auch ein paar Sachen gesagt, also, ja, interessant ist sicherlich, glaube ich, dass man da passiver ist, als man meint, oft meint man, der Chef ist der, der gestaltet, aber ich glaube, der Chef ist der beste Beifahrer, ja, das ist mein Eindruck, weil, naja, ein Auftrag kommt rein und dann kann ich den annehmen oder ich kann den nicht annehmen, wenn ich den annehme, hat das bestimmte Konsequenzen und da ist man doch manchmal auch recht, recht passiv, ne, ja. Da würde ich nur eine Frage stellen, wenn Sie, jetzt mal retroperspektisch betrachtet, wenn Sie Ihrem 18-jährigen Ich einen Tipp geben würden, was würden Sie dem heute für einen Tipp geben? Ja, das ist jetzt nicht abgesprochen, aber spielt den, glaube ich, ziemlich in die Karten, also, ich würde tatsächlich, früher mal einen Coach an Bord nehmen. Ach so, ja, alles, ja, sich alles selber beizubringen, ist sicherlich ein bisschen der anstrengendere Weg und ich glaube, das eine oder andere hätte man anders machen können und hätte weniger Ressourcen verbrannt, ich will es mal so sagen. Ich weiß auch nicht, ob es immer alles ganz schnell sein muss, ob man hinterher schneller wachsen müssen und so weiter, also das, unsere Welt ist oft so, es muss alles noch schneller und so weiter, das sehe ich nicht unbedingt so, aber man muss nicht jede Falle und jeden Fehler mitnehmen. Ja, ein paar kann man, kann man einfach vermeiden, wenn man sich an ein paar Stellen ein bisschen Beratung dazu holt, das haben wir an manchen Stellen auch getan, aber das würde ich heute sagen, hätte mehr sein dürfen. Super, dann tausend Dank für den Lied an alle da draußen, die sich das anschauen, die Ihnen auf der jungen Ebene sind, ja, und noch in der Entwicklungsphase sind, ja, man kann manche Dinge halt vermeiden, indem jemand ein paar Spiegel vorhält oder man ein paar Tipps gibt, also tausend Dank, Herr Ernst, also super, 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 tolles Interview, grandiose Firma, also ein Aufruf an alle jungen Leute auch, die das sehen, schaut euch das mal an, das ist eine andere Form von IT mit einem hohen Nachhaltigkeitsfaktor, der mir tut was Gutes, ja, er arbeitet für ein Umfeld, wo jeder möchte mal, wenn er ein Problem hat, schnell gerettet werden und da wäre es nicht schlecht, wenn auch die Daten, die dafür benutzt werden, im Krankenhaus so schnell ankommen, dass wenn man da landet, nicht erst nur Papier gewälzt werden muss, sondern der Doktor schon im Vorfeld weiß, was tatsächlich da auf einen zukommt und kann da agieren, also tausend Dank, ja, für das Interview, für Ihre Zeit und drückt die Daumen, dass es auch so weitergeht. Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Vielen Dank.